hallo meine freunde und herzlich willkommen wieder mal auf mitmann live ich bin gerade im urlaub im schönen rimini in italien und was habe ich euch damals versprochen ja was wir machen werden wir werden in italien pokémon fangen aber leute was glaubt ihr was ich wieder nicht mehr habe ich habe wieder mal keine poké bälle mehr also hier sind überall pokémon ich weiß nicht ob die jetzt auf italienisch oder auf deutsch oder auf einer neutralen sprache reden werden guck mal das ist ja ein bieser sam aber ich habe keine pokémon bälle jetzt muss ich eine station finden wo ich die ganzen herbe komme um diesen hier zu fangen guck mal was soll das da ist doch aber ich kann nichts tun nichts machen naja gehen wir mal suchen wo sind die pokémon also ich hätte nicht gedacht dass ich jetzt auch in meinem urlaub der zeit verschwenden werde aber wieso nicht pokémon ist einfach kult und in und geil also leute gehen wir mal suchen wo wir das ganze finden einfach auf weg rennen drücken und wenn ich jetzt dahin komme zeigt es mir an hotel diana also suchen wir mal das hotel ich glaube ich habe sogar gefunden guck mal nach vorne so jetzt bin ich langsam näher gekommen und guck mal hier sehe ich auch schon das ganze also klicken jetzt mal an gibt sie überhaupt was gibt es hier überhaupt was 1 2 3 4 leute und jetzt können wir auf die jagd gehen also ich guck mal was es hier unterwegs so gibt das sind die einheimischen von wie großartig im in riemini äh wiederum äh wiederum wie großartig 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 es ist meine mía du hast du bist das dein Vater das ist dein Vater es ist ihr kein wüst und dues wenn du mit du nichts Nein! Ich hab Papa gesagt. Ich hab Papa gesagt. Du bist von Afrika? Du bist von Afrika. Wir sind meine Familie. 100 Jahre garantiert. Wie kann man das? 5, oder? Black & Wine. Das ist eine Fotos. Ja! Foto. Ich habe nur 10. Ich habe 10. Ich habe 10. Das ist von Deutschland. 100 Jahre garantiert. 10 Jahre. 10 Jahre. Nein, 100 Jahre, nicht 10 Jahre. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Miss Germania. Guten Mann. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ja, guck mal. Normalerweise wollte ich gerade Pokébälle oder Pokémon fangen. Und jetzt habe ich hier so schöne Schildkröten und Elefanten bekommen. Na ja. Was man hier auf der Straße nicht alles findet. Hey Leute. Schaut mal, was es hier für so ein riesen Viech gibt. Ey, das muss eingefangen werden. Guck mal. Wenn der nicht drin ist, dann muss ich glaube ich auf Italienisch fluchen. Guck mal und noch einmal. Guck mal. Und wir haben es. Guck mal, ich glaube wir haben ein italienisches Pokémon. Guck mal hier. Geile Sache. Ihr seht es. Jawohl. Und hier haben wir wieder mal eine neue Station. Und was ist denn das hier? Das ist. Basso Relfo La Faroli. Irgendwas ähnliches. Also haben wir hier wieder mal ein paar Sachen. Dann gehen wir mal weiter. Guck mal, da ist auch so eine komische Arena. Was ist denn da für ein Viech drauf? Schaut mal. Schaut mal. Die kenne ich ja gar nicht. Die habe ich ja gar nicht in Deutschland gesehen gehabt. Na ja. Lauf mal weiter. Hier gibt es wieder gleich einen geilen Platz. Ich weiß gar nicht was es ist. Also mal sehen. Hier steht irgendwas mit Fontana Tritone. Bin ich mal gespannt was das Ding abgibt. Na ja. Guck mal hier. Haben wir schöne Einkaufsläden. Hier kann man viele schöne gefälschte Sachen kaufen. Voll geil. In einer Top Qualität. Besser wie Alibaba glaube ich. Hey. Guck mal was ist denn das da Hanna. Ha. Geil. Guck mal. Guck mal. Seht ihr das? Passt. Ah. Gut. Beautiful. Guck mal. Hallo. Jawoll. Wir haben das gefangen. Hammer geil. Geile Sache. Gut. Hey. Wie heißen das Ding. Das heißt. Voltobal. Das gibt es auch in Italien. Das gibt es auch nicht. Und guck mal. Jetzt können wir auch Pokébälle sammeln. Hammer. Boah. Boah. Yeah. Also ich glaube das lang für die nächste Zeit. In Italien gibt es auch genug Pokébälle und Pokémons und Pokéleute und auch Einkaufsläden und so weiter. Also. Schauen wir weiter. Leute. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Empfang. Egal ob ihr im Urlaub seid. Egal ob ihr in den USA seid. In Italien. In Spanien. Egal wo. In komplett Europa. Haut rein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Gute Nacht. Guten Morgen. Und schaltet ein. Euer Mitmann live. Haut rein. Ciao. Ciao.